Setz dich aufrecht hin, bequem und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und wenn du ausatmest, atme lange aus. Komme hier an, hier in diesem Moment, wo du gerade auf einem Stuhl oder einer Couch sitzt. Bemerke deine Pobacken, wie sie die Sitzunterlage berühren. Und sitze, wenn möglich, so, dass du mit ganzem Gleichgewicht da sitzt, was bedeutet, beide Pobacken gleichzeitig belastest. Suche die Mitte, innen im Bauch. Du gehst also mit deiner ganzen Aufmerksamkeit nach innen, soweit es eben möglich ist. Entspanne mehr und mehr und genieße diesen Moment, der nur für dich ist. Entspanne die Hände und die Schultern. Lass den Kiefer los und entspanne ganz besonders deine Augen und damit auch deine Gesichtsmuskeln. Lass die Augen ruhig in den Höhlen liegen. Bewege sie nicht mehr. Und entspanne noch ein bisschen mehr. Es ist alles gut. Du brauchst nichts festzuhalten. Du kannst alles gehen lassen. Gedanken, Gefühle, Anspannungen. Gedanken, Gefühle, Anspannungen. Ich bin gespannt in dir, Ruhez. Du bist. Zu Hause bist. Hier bist. Nimm deine Nasenspitze von innen wahr. Wenn es dir hilft, dann lege einen Zeigefinger auf deine Nase. Berühre sie ganz sanft und leicht. Fast unmerklich. Bleibe weiterhin entspannt. Mit offener Bewusstheit nimm diesen Punkt an der Nasenspitze wahr. Empfinde die Berührung. Es braucht keine Worte dazu. Du empfindest nur. Es ist ein Gefühl, eine Wahrnehmung. Du kannst den Finger jetzt gehen lassen. Bleibe aber weiterhin mit deiner Aufmerksamkeit auf der Nasenspitze von innen. Entspanne die Augen. Lass sie bewegungslos in den Augenhöhlen liegen. Und nimm die Nasenspitze wahr. Und jetzt experimentiere damit, die Augen ganz leicht zu öffnen. Nach unten zu schauen, nur ein bisschen. Es ist gleichgültig, was du siehst. Aber bleibe mit der Aufmerksamkeit auf der Nasenspitze von innen. Wenn die Gedanken wandern, komme immer wieder zur Nasenspitze zurück. Jetzt schließe deine Augen wieder. Nimm die Nasenspitze von innen wahr. Entspanne. Sitze im Gleichgewicht. In absoluter Balance. Und dann. Werde stiller und stiller. Sinke tiefer und tiefer. In absoluter. Ich frage mich. In absoluter. Ich frage mich. Zurück mich. Anwes Quadrunner. Ich frage mich. Ich frage mich. Wenn. Ab. In1. In123216-10妈. discomfort habe ihn für das Jahr in die Düzen. 2105-20ramos själ! Es istๆ. In123-490 perché. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Falle in ein inneres Gleichgewicht. Und wenn du jetzt dann gleich zurückkommst, behalte dir diese Mitte, die über die Nasenspitze nach innen fällt. Und behalte dir diese Mitte, wenn du jetzt deine Beine bewegst, deine Arme, deinen Oberkörper und deinen Kopf und in deiner eigenen Geschwindigkeit die Augen öffnest. Vielen Dank. Vielen Dank.